Schließt du rein und kommst gleich, weil das Ding so eng ist. In meinem Alter reicht ein Windsturz, mein Freund. Oh yeah, Baby. Ulti ist noch nicht ready von mir, aber gleich. Brand ist geladen. Oh, die hauen natürlich richtig alles weg gerade. Vier. Scann ist raus. Manhunt. Ulti! Ulti geht raus. Wir müssen uns noch rein konzentrieren. Ja hier, der schon fast down ist. Weg. Hau noch. Der nächste ist fast down. Nächste Ulti kommt. Nächste ist down. Hau um. Hau um. Ich denke. Ja. Ulti gezogen. Ulti kommt von mir. Check. Gain kommt von mir. Der nächste ist fast down. Down. Hau um. Nächster down. Fuck you bitch. Und weg. Und weg. Und weg. Ich bin voll. Hier liegt aber so viel Kram. Vor uns sind Agents. Wie viele? Ich scanne ein. Zwei. Viele mehr am meisten. Mindestens zwei. Auch holen. Na klar. Ping geht raus. Noch einer. Mich auch. War ein deutscher. Ulti geworfen. Warte. Ich werf. Das ist ein deutscher. Weg. Ihr wisst wo wir hin müssen. Auf welchen. Ja. Wow 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 wow. Exo lauft bei mir lang. Ich hab Feuer am Arc. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Oh, ich hab auch Feuer. Es kann nicht wegrennen, hier ist nur einer. Ich kann nichts machen, ich brenne. Ach, das ist wieder der Hebeefix. Ich brenne schon wieder. Ich laufe im Kreis. Weiter, immer weiterlaufen. Weg, ich bin Manhunt. Kommt weg hier. Wo müssen wir lang? Hier hoch, ne? Da kommt einer. Ich bin abgelaufen. Aufpassen. Nicht, 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 Peska. Mach einfach. Alles gut, alles gut. Ich bin bei null, das ist noch nicht vorbei. Ich weiß, deswegen stell ich mich doch vor den. Oh nein. Ich hab nichts geschossen. Und... Jetzt schießen. Scanner ist raus. Macht er nicht schlecht. Ach. Oh ja. Alter, der ist schon wieder voll, ne? Jetzt ist er gescannen. Geblitzt, Dings. Nicht schlecht, mein Herr. Nicht schlecht. Der hat irgendein Tankschild an. Schaden hat er auch nicht gemacht, nur mit Explosiv. Ja, ist doch schön, dass deins abgelaufen ist. Ja, ist doch schön, dass deins abgelaufen ist. Kann losgehen. Den hinteren nehm ich. Hinterer down. Untergrund? Hier vorne? Hier, direkt hier runter. Wir kommen ja bis zum Abholbereich durch. Lauf ich richtig? Ne, rechts. Ne, andersrum. Wir haben den linken Eingang diesmal genommen. Deswegen müssen wir anders laufen. Mein Fehler. Mopsies. Alter, was ist hier los? Er kann wieder in die Säule reinmachen. Drückes Arsch, kennt er echt. Wie ist das da? Jetzt nicht auf. Ich hab's jetzt aufgenommen. Ich hab's jetzt aufgenommen. Ich hab's jetzt aufgenommen. Wo ist der? Da kommt ein Spieler runter. Jo, zwei Spieler. Ich hau Ulti raus. Und das war zu früh. Die rennen wieder weg. Jetzt hat er Ulti geschmissen. Dann geht raus. Der will mich verarschen. Rennt andere Seite. Ich renne andere Seite. Der steht hier an der Wand. Vorsicht, nicht hin. Andere Seite. Kommen wir gar nie. Ulti ist raus. Rente andersrum? Ja, können wir. Können wir versuchen, solange es einer ist, die Ultis zu sparen. Es waren zwei. Hä? Eben aber nicht mehr. Hä? Was schlägt mich jetzt? Hä? Was schlägt mich jetzt? Hä? Was schlägt mich jetzt? Da ist der Spieler hinter uns. Haut ab, haut ab. Raus, 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 raus. Wie viele denn? Keine Ahnung. Ich hab nur einen gesehen. Eben. Eben. Das ist natürlich Zufall. Wilst wegrennen? Jetzt schon vor man-hand? Das macht da wenig Sinn. Lass uns dann wenigstens den Typen noch killen. Alter. Ja, da ist er. Jen, komm. Hier rechts von uns. Kacke! Alles gut. Ich hol dich. Jo, danke. Danke! Jo! Heilung kommt! Wennhand... Ah, muss... Jetzt kann man flüchten. Ab geht er! Ich bin Rang 3! Ja, du warst tot eben! Ach so! Dann muss man für dich noch wenken! Nein! Auf keinen Fall! Uff! Irgendwann zieht ab! Ich bräuchte einen Ping! Ja, U ist raus! 1, 2, 3! Die haben auch so'n Blitz-Ding, ist down. Ich brenne. Alter, Fick. Multis raus. Check. Seil durchschneiden. Komm nicht ran. Klar. Seil durchschneiden. Y. Ich mach's. Ich dachte, das geht mit E, Mann. Das geht mit Y. Aufnehmen. Und weg. Jetzt sollten wir auf jeden Fall, ja. Tschö mit Ö. Da hinten kommt was. Äh, äh, nen Agent. Aufpassen. Das Gang geht raus. So, ja. Ich bin down, ich bin down. Schnell, retz mich, retz mich, exo, 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 exo. Ja, ich bin doch schon dabei. Alles gut. Oh. Oh, ich hab mich grad sterben sehen mit Manhattan, ne? Habt ihr das auch manchmal, dass das V nicht rechtzeitig reagiert, obwohl ihr drückt? Hast du nachgeguckt, wo es ist? Ja, das ist unter Sportstore ist eins und hier um die Ecke ist gleich eins. Da könnte man hinlaufen. Hier um die Ecke? Richtung, Richtung Auftankstation. Ah ja, ich seh's schon, ja, da sind hinten. Oh, ich seh's wieder ab. Wer hat? Ich, äh, du. Wir beide dann. Was machst du denn zuerst? Jo. Links gegner. Es müsste hier links gleich sein. Ja, ist es auch. Schnell rein, schnell wieder raus. Können alle noch ins Kellen schmeißen? Hab ich nicht. Ja. Ich nehm links. Pass auf den Petten auf. Oh, fetter hat. Einer ran an die Kiste. Gibt jetzt extra Belohnung. Holster der Stürmer ist. 240er. Passt, du hast einen Holster bekommen. Fuckin' nein, aber durch die Kiste. Er ist gebunden. Ja. Ja, leck mich am Arsch. Meine Fresse, ey. Beruhigen sie sich, Mensch. Unglaublich. Bleiben sie ruhig. Ja. Was essen wir denn schönes? Wie ihr wollt. Hallo? Was essen wir denn schönes? Ja, ihr müsst deutlich mit mir reden. Ich hab immer ein bisschen Probleme mit meinen Ohren. Natürlich esse ich Schiffs. Alles klar. Alles klar. Jojo. Dachtest du, wir hauen ab unnötig? Tut mir auch leid von wegen, äh, von vorhin. Also erstens, ich war noch gar nicht so richtig online. Zweitens, ich hab schon vier Wodka getrunken. Drittens, äh, ich hab tatsächlich Probleme mit den Ohren. Also ab und zu krieg ich dann mal den ein oder anderen Satz nicht so richtig mit. Jojo, alles gut. Moni hab ich nicht mehr viel. Der war gut, oder? One-Shot war der Typ. Anders nach rechts rein. Ulti gezündet. Bleib draußen, bleib draußen. Ulti geht raus. Oh. Okay. Weg hier. Also, safe zone jetzt. So, meine Freunde. Damit heißt es, äh, für heute in dem Gelände. Und, äh, ja. Ich danke euch fürs Einschalten. Äh, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich bin müde. Ihr merkt das. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und, äh, hau rein. Bis dann. Ciao. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Was er... Oh. Was er... Oh. He Charlie. Yeah.